Moin! Willkommen an meinem kleinen gemütlichen digitalen Tisch. Ich bin Dominik und, Überraschung, ich mache Comics. Ich bin zum ersten Mal bei der Comic-Emmersion. Warum bin ich hier? Wegen meinem allerersten gedruckten Comic. Feines Ding, kleine Mystery-Story. Schwarz-Weiß, 16 Seiten. Geil! Dann habe ich aber auch noch meinen allerzweiten gedruckten Comic. Zum Zeitpunkt der Aufnahme leider nur als Testdruck, aber in naher Zukunft und deiner Gegenwart als frischer Resodruck mit limitierter Auflage von 50, nummeriert, 8 Seiten, in schönstem Raspberry. Auch geil! Also dann, kaufen, Spaß haben, kaufen! Tschüss!